Wir von Mako erzeugen Baubeschläge. Unser Markt beginnt im Westen, in Irland und im Osten bis in die Mongolei. Wir gehören zu den Marktführern in unserer Branche. Unsere Lösung für diesen speziellen Fall der geringen Stückzahlen war bisher eine reinhändische Manipulation, die im Markt befindlichen Roboter konnten unser Problem nicht lösen. Das Problem bestand darin, dass räumlich unterschiedlich liegende Teile dreidimensional gefasst werden müssen. Die Firma Robomat konnte uns eine Gesamtlösung für unser Problem bieten. Die Einzelteile für das Schloss gelangen beim Virob als Schüttgut aus den Bunkern in eine Mischtrommel. Die Bilderkennung erfasst die Lagepositionen der Teile am Zuführband. Der Greifer sortiert die Komponenten in den Werkstückträger ein. Zur Erhöhung der Effizienz ist ein Puffernest zwischengeschaltet. Nicht greifbare Teile gelangen über ein Rückförderband zurück in die Mischtrommel. Die Teile werden als Schüttgut in sechs Bunker gefüllt. Die Anzahl der Bunker kann dabei je nach Anforderung variieren. Von hier gelangen sie in eine Mischtrommel. Die automatische Ansteuerung der einzelnen Bunker garantiert ein optimales Verhältnis innerhalb der Teilemischung. Aus der Trommel fallen die Werkstücke auf das Zuführband, wo sie von einer Bilderkennung erfasst und identifiziert werden. Die Koordinaten greifbarer Teile werden dem Roboter übermittelt. Der Greifer synchronisiert sich mit der Bandbewegung. Er nimmt die Teile auf, dreht sie und legt sie mit einer absoluten Genauigkeit von 0,1 mm in den Werkstückträger ein. Sobald alle Teile abgelegt sind, wird automatisch ein neuer Werkstückträger bereitgestellt. Zur Erhöhung der Effizienz sortiert der Virob, während der Werkstückträger gewechselt wird, die zugeführten Teile in ein Puffernest. Überschüssige Teile fallen vom Zuführband auf das darunterliegende Rückförderband und werden wieder in die Mischtrommel transportiert. Der nächste Zyklus beginnt. Der Vision Robot von Robomat. Ein einzigartiges Konzept. Präzision durch Bilderkennung. Durch die exakte Bilderkennung und innovative Robotertechnik erreicht der Virob eine absolute Genauigkeit von 0,1 mm beim Greifen und Ablegen der zugeführten Teile. Ein Roboter für unterschiedliche Teile. Mit einem einzigen Greifer werden die zugeführten Komponenten aus verschiedensten Lagepositionen vom Förderband aufgenommen. Somit können pro Arbeitszyklus sechs oder mehr vollkommen unterschiedlich geformte Teile montiert werden. Geringer Platzbedarf. Der Virob vereint sämtliche Komponenten von sechs oder mehr kompletten Zuführstraßen in einer einzigen Maschine. Er ist eine rentable Automatisierungslösung, die kaum mehr Fläche als ein Handarbeitsplatz benötigt. Zukunftssicherheit durch einfache Umrüstung. Bei einer Produktänderung muss beim Virob im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit Viprotöpfen lediglich die Software der Bilderkennung adaptiert werden. Der Virob ist in der Lage Teile zuzuführen, die mit traditionellen Methoden nicht förderbar und einbringbar sind. Wir sehen in der Zukunft weitere Einsatzmöglichkeiten in ähnlich gelagerten Anwendungsfällen. Der Vision Robot von Robomats. Präzise, flexibel, platzsparend und zukunftssicher. Eine intelligente Lösung für anspruchsvolle Aufgaben in der Industrie. Der SAR квaben in der Industrie. zeigbar mit viel Wieズ Wir sehen untergeben ich habe und ich habe